Ne, ich spiel gerade mit PS5 Controller an der PS4 Perfekt Alles richtig gemacht im Leben, ja Toll Oh, das ist echt richtig kühl Oh, da ist einer kühler Alter, beste Bombe meines Lebens NOOOOOO Was ist mit dem Perpiktinstinkt los? Das hat sowieso meine Eltern immer gezeigt Jeder ist cool Er holt dann so ein strange Jett Schau mal, wer ist das? Der Cooler Wer ist denn der Rote hier? Was ist ein Jett? Und wer... Ach so, das ist das Was ist ein Jett? Ich wollte ihn gerade schon mit Sperrfeuer abschießen, Alter Alter Der Cooler, hast du auf mich geschossen? Nein, ich hab mich auf dich geschossen Akkula hast du auf mich geschossen? Ich schieß gerade auf das... Bist du dumm? Ich schieß gerade auf den... Der auf den Kopfgeld B11 Ja, und rate mal wer der Kopfgeld B11 ist, du Experte Ach so, ach so Ey, das ist nicht sein erst, Alter Wenn die Lanker Kid jetzt nicht trifft Ich wollte gerade sagen, Alter Muss es sein, dass man English Dave den Anruf nicht wegklicken kann? Muss das sein, Rockstar? Wen wollt ihr mit eurem Drecksspiel verarschen? Das ist so ein verficktes Drecksspiel Du kannst hier einfach schnell ins Optionsmenü gehen Das ist aber trotzdem lächerlich Danke, Farmer Jeder ruft jetzt gleich nochmal, Alter Ich bin so ein Bastard Ich bin so ein Bastard Ja, wow, ich bin gerade ganz knapp vor dem Rage Ganz knapp Sehr, sehr knapp Ich würde gut nach den André umgebracht Es ist überhaupt... Es ist überhaupt belastungswürdig, die Lobby? Irgendwie ja nicht, ne? Ich weiß es nicht Bestenfalls den Grün hier unten kann man angreifen Der ist High-Level Und da steht da eh nur afkar Ohhhh Hier, Rabux, hast du das gesehen? So geht Bomben-Aim Direkthit, nicht irgendwie mit Splat... Hat er die Explosniper oder was los? Ja, hat er Arschgesicht Der André oder was? Der André oder was? Ja Ja, ja, der André So werde ich dir mal zur Unterstützung eilen Ich weiß es wie der Akkula mit dem Akkula scheint zu zählen Ja, hier ist... Er ist durch zwei Sperrfeuerlänger gerannt Ist das eine gute Frage Ich weiß nicht, ob er das kann Merkt euch diesen Alex-Fight-Frei-Ernten-Elden Der Löffentwanziger Ja Warum? Was ist mit dem? Ja, die Scramjet hat irgendwie... Echt? Hä? Hat ich hier One-Shot-Packet Ich versniped Äh... Der kommt gerade mit einem Scramjet auf mich zu, der Alex Ja... Ja... Er ist Level 25 und hat ein Scramjet Mhm... Das ist so geil, der ist eh zu dumm, um den Scramjet zu verwenden von daher Ist hier noch... Ist hier noch ein Passiv? Oder... Jetzt draußen Geht ihr gerade nicht? Digga, die ist halt Low-Level-Spaß die, ne? Wie ich Low-Levels hasse Ich hasse sie über alles Ja, ne... Du musst selber Low-Level, alter Das ist mein Low-Level-Account Digga, das ist mein Low-Level-Account Naja, das ist das selber Low-Level Das ist mein Low-Level-Account Ich dachte, da lag ich KD-Account Ja, das ist mein Low-Level-KD-Account Logischerweise, das haben wir Okay Mann, wo ist der? Oh, er springt weg, der scheiß Low-Level Der sieht aus wie der letzte Warner-Beetroyer, hey Scheiß wie unser Naja, leider Wie können die endlich diesmal aufhören? Nein, auf einzig Ich kann noch anderthalb Stunden heute zocken, nirgends Ich bin... Muss er arbeiten, ne? Das muss wehtun, so gut pennen zu denen, ne? Das muss echt wehtun Ich denke, er sucht euch erstmal arbeiten, du Knecht Nene, aber das muss sich trotzdem wehtun So, ich weiß ja, ich fühl es ja Also die Uhrzeit ins Bett zu... Er hat sich einen Low-Bike geholt Hey, BF, wie kann ich ja gar nicht eng zu bleiben? Befreier, Low-Bike Du Amateur! Komm mit deinem Low-Bike Komm, ich bin auf schöner... Ich bin richtig schön auf Höhe Komm, doch mach'n Ruf hier Schlag' den ein, Freunde Schlau, schlau, schlau Schlau, schlau Schlau, schlau Schlau, schlau Schlau, schlau 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 Ja, er ist unter der Brücke, wow Er spawnt unter der Brücke Obwohl er nicht mehr in der Nähe der Brücke gestorben ist Wen willst du hier verarschen, du Dreckspiel? Wen? Der Flirtinger um sein Leben Er ist nicht mehr in der Nähe der Brücke gespawnt, gestorben Und er spawnt unter der Brücke und die Kamera backt herum Ehe, wo ist der? Alter, die Raketen waren so knapp an ihm vorbei Meine Fresse, kann der, ey Warum besteht dieses Spiel nur noch aus Rage'n? Wir haben hier fast mit einer Sperrfeuer-Rakete geholt Dan, Wolfie? Und Schlau Nee, der ist im Kleidungsladen Aber ich seh'n ja natürlich nicht unter der Brücke Aber ich seh'n ja natürlich nicht unter der Brücke Aber ich seh'n ja natürlich nicht unter der Brücke Ja, Dreckspiel Ja, Dreckspiel Komm, ich lass' den auf deine Ruhe Dieses Spiel ist so langweilig, ne? Jungen, dass du zwei Kampfjets brauchst, um einen scheiß Noobball zu kontern, das ist so lächerlich Wenn es ein Spiel gibt, das mir im Moment überhaupt keinen Spaß macht, ist das GTA, lol Wir kommen immer an der Welt der Brücke Und der, äh, der größte Scheiß ist ja Also wenn es ein Spiel gibt, das grad so maximal, wirklich so maximal langweilig ist, dann ist das GTA Dann wird er fast nur dann perfekt Digga, und dann ist der, sind die A noch schlecht, ne? Also es ist so, das zeigt so, also Nezuka ist da unten mit seiner Expo-Sniper und der Jet ist schon fast wieder useless Das glaubst du auch nicht, wenn er Starding geholt hat Das hat er auch nicht Kickt zu weit Aus der Höhe war die Bombe extrem schwierig Oh, fucking joke Gibt's mal ne Bombe, oder? Wer hat doch Bock auf B4? Nee Niemand? B5 Weih, wir haben dich nicht getroffen! I'm Starling B4 oder 5 Hallo Wir sind cool, wir sind cool, er versucht nicht zu geil an Perfekt, nicht gerendert Hahaha Man kennt's Ja, man kennt's Digga, wie sieht dieser Fakten an, Digga, wie sieht dieser Bastard so neu so aus? Herr Kula, pass auf, der hat ne Expo-Sniper Ich weiß, du legst dich scheinlich zu, oder was? Ja Stimmt eigentlich Da ist der Runter Da ist der Runter, den kriegst du nicht Ja, dann hol ihn raus Wie soll ich denn denn raus? Ja Ab ihn Ja Ich muss halt so sehr mit Deckung fliegen Ist egal, mein Hangar ist eh hier, also wenn ich mir nen Hit fresse, juckt das eigentlich eher weniger Er will verlassen So gut Danke Ja, er hat verlassen Sehr gut Jetzt darf ich endlich mal wieder in Ruhe BL fliegen, also und muss ich mich ständig in der Angst leben, hier Expo-Snap zu werden Du fährst hier nicht mit deinem pinken Auto rum Das ist lila, der Sonne Das ist lila, der Sonne Bei mir ist es pink Bei mir ist es pink Dachte ich auch vom Weiten, aber nein, es ist lila Klug scheiße, aber niemand Akula Well Oha 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 Danke Akula Danke Akula Danke Akula Das ist ein Einfach ne Scheiße, oder? Mach eins, zwei AR Der sieht aus wie ein Tryhard Das ist ein Tryhard Das ist ein Tryhard Das ist ein Tryhard Nix da Wie ein fucking Anal, Alter Der hat ihn zwar mit meinem Elm geholt, aber Der, der wird jetzt so zerrissen, ne? Also, wenn der wüsste mit wem, was ich gerade angelegt habe, der würde jetzt schon mal die Lobby verlassen, alter Guck mal, er spawnt direkt unter mir Direkt, 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 ohne Ausnahme Direkt unter mir, während ich reparieren fliege Direkt, wirklich, diiiiirekt unter mir Er gibt mir ne ungelenkte Rakere Der Akula denkt sich erstmal Spaß dick machen Dann macht der Akula erstmal Spaß dick Und was macht er? Er Autohand mich raus Auf eine absurde Range Gutes Spiel Da werde ich schon wieder dran erinnern, warum ich es fast nicht mehr spiele Warum ich es unregelmäßig, beziehungsweise gar nicht mehr spiele Deshalb, hier ist the reason Bin ich auch ganz offen und ehrlich zu euch Ja? Nicht hochklettern Ist er aktiv? Oder wird er mir nur aktiv angezeigt? Er ist aktiv Er ist aktiv ALARM ALARM Ich sehe der Akula eingeflogen Erstmal Snacks geben Warte, das Thunder Nein Das Thunder, bitte nicht Noch nicht Der Panzerung Sehr schöner Akula Ist der Bf Schrott? Bitte Bf Der da stand Ja, ein Spiel verlochen Das steht ja immer noch vor dem großen Anjag Ja, scheißlappen Super 1 zu 4 oder zu 5 für mich Irre Ja, komm die Outstapel Perlera I'm the lyrical gangster Perlera Pick up the two in of the area Perlera Still lovin' her dad Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ja, komm